Dresden ist nicht nur in Kunst und Wissenschaft exzellent, sondern auch das Handwerk hat hier einen goldenen Boden. Meine Familie hat bereits um 1825 hier eine Konditorei gegründet und bereits 1900 haben wir begonnen, Dresdner Stollen in alle Welt zu schicken. Dresdner Stollen ist ein exzellentes Produkt aus der Stadt Dresden, das nur hier hergestellt werden kann und heute weltweit in über 100 Länder verschickt wird. Dresdner Stollen hat Tradition genauso wie die Exzellenz in Dresden.